Für mich sind die wichtigsten Dinge im Leben Selbstreflexion, sich selber erkennen Meine Community, meine Beziehungen Ich irgendwie ein Leben so führe, dass ich das Gefühl habe, dass ich nichts schlechter mache, als es je schon ist, sondern tendenziell eher besser Liebe, Familie und Zufriedenheit Dass ich zumeist aus Liebe statt aus Angst agiert habe